Hallo und herzlich willkommen zum Rathaus TV am 10. November 2023. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, diesmal gibt es keine Neuigkeiten aus Rat oder Ausschüssen, sondern diverse vermischte Themen und beginnen möchte ich mit dem gestrigen Tag, dem 9. November, einem historisch bedeutsamen Tag für Deutschland und auch für Geseke. Ich habe eine Gedenkrose sowohl an den Stolpersteinen auf dem Hellweg niedergelegt bei der Familie Kronenberg als auch am Gedenkstein für die Synagoge im alten Steinweg, die ja erst 1955 abgerissen wurde und in der Reichspogromnacht relativ unbeschadet, eigentlich gänzlich unbeschadet davon gekommen ist. Wen da Details interessieren, unter mir sind da einige Infos verlinkt. Ja, dann bin ich bei dem Cyberangriff auf die Stadt Geseke, nicht nur auf die Stadt Geseke, sondern auf die Südwestfalen-IT. Betroffen sind alle Kommunen in Südwestfalen praktisch 71 Stück und fünf Landkreise sowie noch diverse andere Kommunen und Einrichtungen, die von der Südwestfalen-IT mitversorgt werden. Wir haben jetzt wieder eine konkrete Auswirkung, außer dass ihr euch nur telefonisch an uns wenden könnt und nicht per E-Mail und wir viele der Dienstleistungen nicht für euch erbringen können. Normalerweise würden wir jetzt die vierteljährlichen Abbuchungen, die Lastschrift-Abbuchungen machen. Ich sage mal, die großen beiden Steuern, die da eingezogen werden, sind die Grundsteuern und die Gewerbesteuer, aber auch diverse andere Sachen würden wir da mit einziehen. Das funktioniert nicht. Wer also sein Konto extra durchlädt oder anspart, der hat jetzt noch einige Wochen wahrscheinlich länger Geld auf dem Konto. Ich werde hier bekannt geben, wann wir dann den Nachzugstermin sozusagen machen und dann nachträglich einziehen. Da bitten wir euch dann, dass das Konto dann voll genug ist. Aber da werden wir hier im Rathaus TV, aber auch in der Presse darauf aufmerksam machen, wann das soweit ist. Ja, dann komme ich zu diversen Bausachen. Mir am Herzen, ihr wisst das, liegt besonders der Glasfaserausbau. Wir haben ja in der Kernstadt die Deutsche Telekom, die da bauen will und die beginnt am nächsten Montag. Am 13.11. geht's los mit dem Ausbau. Die Vermarktung läuft noch. Ihr habt vielleicht diesen Magenta-Bus auf dem Marktplatz oder an anderen Stellen in der Stadt stehen sehen. Wer noch will, kann auch noch einen Glasfaseranschluss erwerben. Wir verlinken das wie immer hier drunter. Auf jeden Fall geht's am Montag los. Ecke Westmauer, Lydische Straße beginnen die Arbeiten der Telekom für den Breitbandausbau. Ja, die Arbeiten begonnen haben auch in großem Stil für den südlichen Teil, nee, den nördlichen Teil, nee, den südlichen Teil des Hochwasserschutzes in Mönninghausen. Da ist ja die Straße zwischen Mönninghausen und Ehringhausen seit einiger Zeit gesperrt. Da wird jetzt der Sutthofgraben neu verrohrt, wobei Rohr kann man das nicht nennen. Wir blenden euch gerade mal die Drohnenbilder ein. Da werden also ganz große Rechteckprofile gerade eingebaut, tagesaktuelle Bilder von gestern und von heute Morgen, damit die Durchlässigkeit, ihr seht ja jetzt diese Durchlassprofile, wird erheblich erhöht, um dann, wenn es mal wieder so weit kommt, Mönninghausen vor dem Hochwasser schützen zu können. Das sind doch beeindruckende Bilder, was da so am Kran hängt. Das ist ja nicht ohne. Ja, dann werden wir auch aktiv am Hasenkamp. Da ist schon seit einiger Zeit gewünscht ein Zebrastreifen, eigentlich schon seit Jahren und wir wollten den eigentlich auch schon fertig haben. Jetzt fangen wir an, am 20. November geht es los. Eine Querungshilfe, ein Zebrastreifen über den Hasenkamp in der Höhe der Straße am Freistuhl, also die Einbahnstraße, die von der Marienkirche zum Hasenkamp rüber geht, an den Schulen und am Kindergarten vorbei. Das ist nicht mal eben nur ein paar weiße Striche auf dem Boden malen, sondern da wird groß umgebaut, da werden Laternen versetzt, da gehen wir an die Gehwege ran. Das ist ein erheblicher Aufwand. Das wird zwei Wochen dauern und so lange werden wir die Straße am Freistuhl sperren müssen für den Durchgangsverkehr. Die Straße wird dann nur für Anlieger geöffnet sein und damit die Anlieger, die ja an dem Teil Richtung Marienkirche liegen, auch von ihren Grundstücken wieder zurückkommen, wenn sie einmal drauf gefahren sind, wird die Straße gegenläufig befahrbar, damit die Anlieger dann Richtung Marienkirche wieder rausfahren können. Das heißt aber, wenn ihr Eltern da reinfahrt, ihr kommt eigentlich nicht wieder raus auf legalem Wege. Ihr müsstet dann irgendwie auf privatem Grund drehen und das geht natürlich nicht. Also bitten wir die Eltern, insbesondere des Kindergartens, ihre Kinder an der Marienkirche, an der Schule rauszulassen und nicht in die Straße am Freistuhl reinzufahren, weil ihr, wie gesagt, legal da nicht wieder rauskommt. Das Ganze wird zwei Wochen dauern. Wir informieren auch nochmal über den Kindergarten, aber bitte da nur die Anlieger reinfahren lassen und freut euch auf den Zebrastreifen, wenn er denn dann Ende November fertig ist. Ja, und dann habe ich noch ein paar Terminsachen. Terminsache Nummer eins, wenn ihr oder eure Lieben im Jahr 2024 ein rundes Ehejubiläum hat und zwar Goldhochzeit, also 50 Jahre, Diamantene Hochzeit, also 60 Jahre oder gar eiserne Hochzeit, 65 Jahre und eure Eltern oder ihr selber seid nicht in Geseke oder in Störmede getraut worden, sondern woanders und wohnt jetzt in Geseke, dann wissen wir nichts von eurer Hochzeit oder der Hochzeit eurer Lieben. Wenn ihr aber wollt, dass die Stadt Geseke einen Vertreter schickt, beispielsweise mich und der Kreis Soest und der Seniorenbeirat, dann müsstet ihr euch bei uns melden. Alle Details, wie man eine nicht in Geseke oder im Amt Störmede geschlossene Ehe meldet, sind unter mir verlinkt, damit ihr das wisst. Ja, dann möchte ich noch auf zwei Termine aufmerksam machen. Nummer eins ist der Familiensport, den unsere Familienzentren durchführen. Da ist am 19.11. der nächste Termin. Das findet immer statt in der alten Sargfabrik, in der Tischtennishalle. Das beginnt immer sonntags um 10 Uhr. 19. ist der nächste Termin. Da möchte ich noch mal Werbung für machen und Werbung möchte ich machen für unseren Weihnachtsmarkt. Halte ich auch mal gerade hoch. Da ist auch viel, was da passiert. Das Programm werde ich euch aber beim nächsten oder übernächsten Mal verkünden. Das ist das Wochenende 2.3.12. Der Weihnachtsmarkt wird auch deutlich größer, als er bisher war. Auf dem neuen Marktplatz finden sich jetzt deutlich mehr Aussteller und Schausteller, die da mitwirken wollen. Und wir kommen dem auch gerne nach. Details zum Programm in der nächsten Woche. Ja, das war's für heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss.